Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir das perfekte YouTube-Equipment für Anfänger. Also, wenn du jetzt ein Gaming-Equipment haben möchtest, dann hier nicht. Aber es gibt ein Problem. Ich kann euch jetzt nicht das Setup zeigen, weil ich hier keine Kamera habe, um das aufzunehmen soll. Deswegen muss ich jetzt die andere Kamera nehmen hier. Das ist das Setup. Aber es geht so noch besser. Und zwar noch günstiger. Ich habe auch mal Code gemacht, glaube ich. Kann das sein? Das einfachste Vlog-Setup sieht einfach so aus. Du nimmst einfach dein Handy und filmst dich damit. Cool. Tausend Jahre später, wieder repariert. Man kann einfach noch hingehen und den gefühlten Zulwurf anschalten. Und zwar so, dass man nirgendwo drauf mehr berühren kann. Man kann einfach das Handy so in die Hand nehmen, dass man hier auf-toucht, ohne irgendwas zu zoomen oder irgendwas zu machen oder so. Einfach so festhalten. Und halt, ne, filmen. Das ist cool. Ich habe keinen Plan, was auch auf Android geht, aber auf Android S geht das auf jeden Fall. Also mit der Kamera filmen wir nicht mit der hier. Das ist nämlich immer die bessere Kamera. Du musst einfach das Handy nehmen, das Smartphone nehmen, was du hast. Die Kamera reicht dafür zum Anfang einfach. Also kein Geld extra dafür ausgeben, sondern einfach nur das, was du schon hast sozusagen. Das ist perfekte Start-Equipment. Dann halt noch irgendwie schneiden. Ein Schnellprogramm. Wenn man ein bisschen krasser werden möchte, so wie ich natürlich, weil ich krass bin, dann kann man sich noch sowas kaufen. Ich habe ein Stativ genommen. Das hier war irgendwie so 10 Euro Amazon-Handy-Halterung. Aber theoretisch reicht auch einfach, das halt in der Hand zu halten so oder irgendwie gegen die Wand zu stellen oder so. Wo man auch achten sollte, ist natürlich, dass man das beste mögliche Bild hat. Erstmal, dass man halt sozusagen ein Bild ist und nicht irgendwie so aufnimmt oder so aufnimmt oder sowas. Und wenn ich mal das Licht ausmache hier. So, ich habe ja krasse Lichter schon. Wenn ich die Lampen einmal ausmache, ist halt ein bisschen dunkel hier. Kann man mich nicht so gut erkennen. Deswegen einfach irgendwie ans Fenster gehen, aufmachen. Das liegt jetzt saustark so. Das war ein krasses Licht. Dann habe ich wieder zu, sonst kann man mich draußen sehen. Das will ich ja nicht. Wo habe ich jetzt die Kamera reingestellt? Ach da. Hier ist er. Dann kommen wir natürlich noch zu Programmen. Bei Programmen war man ja auch. Zum Schneiden zum Beispiel. Oder zum Schneiden eigentlich nur. Gibt es das entweder auf dem Handy so Programme, die Kamer als Handy oder auf PC auch natürlich. Kostenlose als auch nicht kostenlose. Auf dem Handy würde ich einfach sagen, kenne ich mich bei Android nicht aus, aber bei iOS gibt es zum Beispiel, wie der heißt, auch so Video Editor oder einfach iMovie. Und natürlich Programm für den PC würde ich einfach sagen, ich habe jetzt Final Cut Pro benutze ich jetzt mittlerweile. Ich habe ja vorher Sony Vegas Pro 13 benutzt, aber auch noch kostenlose Programme nehmen, wie zum Beispiel Windows Movie Maker für so einfache Sachen. Aber man kann sich auch was anderes nehmen, was besser ist. Zum Beispiel Olive Video Editor, glaube ich. Das ist so viel ein kostenloses Programm. Ich habe keinen Plan, ob das gut ist. Das habe ich noch nie benutzt, aber da habe ich gehört, das ist gut. Und das ist kostenlos. Hitfilm ist auch noch ganz gut. Das ist eher so mehr wie After Effects und Da Vinci Resolve oder sowas, glaube ich. Das ist eigentlich so Parabiner, da kann man auch schneiden mit. Das sind eigentlich so gute Programme, mit denen man kostenlos auf dem Windows-PC auf jeden Fall. Auf Mac OS glaube ich auch. Keine Ahnung. Mac OS iMovie. Da bist du immer an die Linse reingucken, ja. Was uns auch hilfreich ist, ist ein Apple Watch als Viewfinder. Eigentlich ist es egal, durch welche Kamera du filmst. Du kannst eigentlich bei der Kamera filmen. Das hat jeden Vorteil, dass die Kamera Qualität besser ist. Bei anderen hast du den Vorteil, dass du über dich halt sehen kannst selber. Wenn du über den Apple Watch hast, wie ich das hier am iPhone, kannst du die als Viewfinder nutzen. Kann man sehen. Wenn die gerade langweilig ist, kannst du mal hier Vlogs angucken von mir. Die sind lustig. Das sind lustige Vlogs. Haha. Guck wie ich lache. Und? Oh du Scheiße. Das ist ein Google-Fan. Und wenn ich weiterhelfen konnte, kannst du gerne natürlich abonnieren. Kostenlos. Um halt nichts zu verpassen. Schönen Tag noch. Tschüss.